Musik Ich mache eine Lehre als Fachfrau Betreuung im Behindertenbereich. Es ist meine zweite Ausbildung. In der ersten Ausbildung habe ich die Leidenschaft entdeckt, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe in der Familie noch Leute mit Beeinträchtigung und durch das bin ich dann auf den Beruf gestossen. Ich arbeite auf der agogischen Pflegegruppe. Wir betreuen sieben Klienten. Die Alltagsaufgaben sind, sie zu betreuen, zu begleiten und zu fördern in Situationen wie vom Schaffen holen, Essen eingeben, Reinigungsaufgaben, die Wäsche machen und so weiter alles, was wir auch machen müssen. Rolina hat es für die Lehrlinge das Jahr zu werden, weil sie auch für den Beruf gemacht ist. Das merkt man einfach, wenn sie mit den Klienten arbeitet, dass sie Freude reinbringt, die Klienten fördert, aber auch wenn sie da herum ist, einfach den Raum mit Liebe füllt. Das merkt man als Mitarbeiter und als Klienten und es macht jeden Tag Spass mit ihr zu arbeiten. Musik Ich finde es sehr schön auch zu sehen, wie sie einem zeigen, dass man das Leben alles schätzen sollte und auch, dass man die Klienten wertschätzen sollte. Das finde ich sehr schön. Musik 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 Musik